Hey ihr Vögel, wie lange soll denn das noch dauern? Stehe ich hier eine Stunde rum oder was? Verdammte Scheiße! Das kann doch nicht so schwer sein hier, Kamera einstellen! Was brauchst du denn? Betriebsanleitungen, um einen Arsch abzuwischen oder was? Wir müssen doch scharf stellen. Ja, wie? Scharf stellen? Was soll das denn heißen? Kann doch nicht so schwer sein hier, Kamera einstellen, verdammte Scheiße! Okay, wir wären dann soweit. Ja, fein, tolle Sache. Wollen wir jetzt in Ordnung oder was? Jetzt hätte ich nach Thailand fliegen können und mir eine Frau kaufen. Komm, jetzt anfangen! Und... bitte! Ja, wie bitte? Dankeschön! Klapp, Spaten! Was soll das heißen? Ja, wir können jetzt anfangen. Ja, dann sag doch auch, wir können anfangen! Ja, also, ich bin der Herrmann, ne? Ja, wir sind hier auf meinem Acker. Ein paar hundert Schweine, Gänse haben wir auch, Trotehände, Hühner. Ja, und meine gute Frau, die ist halt von uns gegangen und jetzt suche ich halt eine neue, weil das ist schon einsam hier, ne? Lecker Mädchen, bisschen was zum Kuchen für abends. Ja, Mann, der Ton stimmt nicht. Ja, wie, der Ton stimmt nicht? Ist so blöd dafür, oder was? Hätte ich überhaupt hier auf den Acker gelassen, hässlicher Vogel? Deine Teletubbies-Kostüme hier! Siehst du überhaupt aus? Guck's dir mal an! Was sind denn gerade für Schuhe hier? Sind nötig in der Ballettschule! Papierst dich von meinem Acker, wir füllen, zahlenst dich überhaupt! Arschloch, doch! Also, Ich bin ne jute Typ, und wenn du dir vorstellen kannst, mit mir deine Lebensabend zu verbringen, ich würd mich freuen! Was ist dat denn? Wollen die denn bei mir auf dem Acker? Sind dat für Vögel? Kannst du mir dat mal sagen? Wollt ich doch mal weg hier! Ey! Das sind Emos. Wat? Wenn dat mehr Jungfrauen sind, dat sind mir doch scheißegal! Sollen von meinem Feld runter! Weißt du, was Emos sind, Hermann? Das sind die auch hier so, so runtergehungerte Scheitelfressern, die aussehen, als wären sie vom Garnevalszug direkt in den Fakt aufgefallen. Guck dir die mal an, ey! Verbiss euch von meinem Feld! Das sind die Kannibale von Rotenburg, ja da rein zu Kampanierstel, die Kierigen! Können auch erschminken, die sich zu Hause austauschen! Hässliche Vögel! Wegen euch ist meine hässlichste Saujahn im Miss Universe! Verbiss euch! Ihr braucht doch gar nicht blödlachen! Ich krieg euch schon noch, Böschchen! Ah! Die krieg ich schon noch! Drecksflagen! Scheißkinder hier! Fahrschuh und Haufen! Ich krieg's schon noch an! Wichser! Oh, boah! Kannst du nicht ausruf fahren, oder was? Scheißdeutsche Dreckskarosse! Kein Wunder, der hat mir nachher den Krieg verliert! Macht euch weg! Arschgeigen! Drecksflagen! Scheißkarre hier! Säuert denn! Sonste Kacke! Entschuldigung, ich hab mich verfahren. Wo geht's denn hier zur Autobahn? Weißt du, was Emus sind? Emus, das sind doch die runtergehungerten Scheitelfressen, die aussehen, als wären sie vom Karnevalszug in einen Fahrtop gefallen. Weißt du ja nicht, ich glaub, wir verstehen uns. Ich komme zu dir rein. Gib Gas! Aaaaaaah! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! aliehrrbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbt Untertitelung. BR 2018 Ihr Zirn geschissen? Habt ihr wohl einen Arsch auf mich gefilmt? Was soll der Scheiß? Vermisst ihr euch? Arschgeigen!